Snowball Man muss halt einfach Geduld haben und alle durchprobieren 64 Stunden Snowball, so hieß es halt die Katze bei den Simpsons, oder? Ja, ich glaub schon Knecht Ruprecht und Snowball Oh, Special AP ist ja noch ganz frisch mit 24 Spielstunden Achso, oh, noch relativ neu bei DBD 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 Los geht's Na dann Good luck Ich hab ne Schnee Pfeffer Das Fallenlassen einer Palette betäubt den Killer Kuh Und auf Englisch Dropping a Palette oder Killer momentan ist ein Dann Okay, das heißt gut Hat ganz so schön gepasst Ja Das bei uns der gleiche Ding stand Etcheter erhübt survivor can be rescued by other survivors Das Und so weiter Ein festgehackter Überlebender Ja, siehst du Das gleiche Er kennt das Spiel schon viel länger Ist aber mit Tobi stand auch das gleiche Ach du kennst das Spiel schon viel länger, ah, aber hast halt noch nicht gekauft gehabt Für dich selber Auch über Stream, wenn ihr guckt oder über YouTube oder so Wahrscheinlich, gut, so Konzentration Bitte nicht Michael, bitte nicht Michael, bitte nicht Michael Ja, Michael wär extrem Bäh Bad So, ich bin beim Mähdrescher, ach, da hinten seh ich jemanden Ich bin hier glaube ich mit Oh, Kerzklopfen Wow, das ist Michael Oh Gott, oder? Das war doch jetzt Michael, ne? Ich weiß nicht Ah, ich kann das nicht Rückwärts laufen und, oh Gott Ich hab mal voll die Musik an, ey Ah nein, 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 nein Ohhhh Ja, es ist Michael und oh mein Gott Der verfolgt mich Äh, ich will nicht, mach dir nicht los Ich muss hier rein, ich muss hier rein, wuuuuh Okay Vanessa Okay Ich bekomm keinen Skillcheck hier, was ist los? Ich glaub ich bin, ich glaub ich hab einen Abgang, ich glaub ich hab einen Abgang Ich glaub ich hab einen Abgang Eeecht jetzt? So, warte mal, ich muss meine Musik ausmachen Nein, ich hab einen Abgang Wuuuuhuhu Oh Gott Ach Gott, hab ich jetzt Ist der gar nicht so weit weg Oh Gott Oh Gott Ich dachte ich hätte den jetzt wieder Abgang Mann, Schutz von der Palette, ey Meier ist das scheiße Der ist so behindert der Typ, ey Kein aggro Sound Aber er Jaja, er guckt gerade Er ist aber noch hier Jetzt geht er aber so langsam Der warte noch Der soll noch ein bisschen Abstand haben Ja, der verfolgt jetzt einen anderen Jetzt Ja, und der kommt hier in gerannt Weg hier, weg weg, erstmal weg Low Forest Ach, den Tobi hat er am Wickel Ah, ich kann das doch nicht Jetzt so Ja, jetzt hab ich's langsam Okay, ja, das ist sehr wichtig Ja, das ist nur sehr ungewohnt Weil ich dann meistens in die andere Richtung lauf im ersten Moment Und dann mich nochmal im Kreis drehe 5 Mal und so Ah ja, wenn du ab und zu mal öfter spielst, dann kommt das dann von alleine Okay Okay, Tobi liegt Er hängt schon Tobi hängt Michael ist auf Mähdrescher, okay, geht jetzt aber auch weg Also scheint zumindest fair zu spielen Oh, ne, da kommt er wieder Ah, Michael ist da, er ist da Ja, ich lenke ihn ab Okay Der folgt mir wahrscheinlich eh wieder Der folgt mir wahrscheinlich eh wieder Oder? Nee Nee, nee, geht zurück Der sieht mich, scheiße Oh, der soll jetzt da nicht rumcampen ey Ist der immer noch da jetzt oder was? Naja, jetzt ist er hier bei mir in der Nähe Oh, Tobi ey, tut mir leid echt Aber bringt er nicht, wenn er dich gleich wieder umhaut Okay, warte, 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 warte Jetzt oder nie? Jetzt oder nie? Okay Okay Love forest Oh Gott, ist er noch hängen geblieben Ha Ja, Schlag daneben So ist recht Komm nochmal Aua Aua Oh, scheiße, jetzt hab ich auf dich geguckt Ja, jetzt kommt er zu euch Ja, kommt er zu euch Ne, oh, ne, er hat mich doch noch nicht verloren Schütze, das geht halt auf die Farmer Ne, der folgt ja noch schön Ah, ich seh's Ah, das wird eng Das wird eng Oh, jetzt kommst er doch hier Oh, scheiße Lässt er mich jetzt liegen oder was? Ne Lalalalalala Wo ist denn Dieser Tobi Ob man den noch heilen kann Tobi ist hier bei mir Steht im Schrank Oh Direkt hinter mir Und Michael steht oben auf dem Mähdröscher Ja, ich seh ihn Super Tobi, du musst aufpassen, ne, nicht dass gleich dein Schrank anfängt zu knallen Dann kann er dich da rausziehen Äh, was soll das jetzt? Ok, ja, der geht immer so ein paar Ründchen Das ist das einzige Zeitfenster, was wir haben Ja, ich komm halt nur von der scheiß fack Seite Ok Wo ist der? Bei dir auf der Seite Vorsicht Echt? Oh, yo, oh, fuck Der hat mich nicht gesehen, oder? Doch, der hat mich gesehen Wenn der mich jetzt verfolgt Jetzt, jetzt komm zu mir Jetzt komm zu mir Der verfolgt Tobi gerade Ok Ja, hau ab, hau ab, hau ab Der verfolgt dich Ja Ja Whiteyboy Dein Einsatz Oh, ne Ne Ok, ich glaub Tobi wird's jetzt treffen Jo Ist er schon tot? Ach ja, scheiß Naja, der hat zu lange da rumgecampt die ganze Zeit Wieso haut der Whitey jetzt ab? Statt den Generator hier zu machen Welchen Generator? Äh, ja Da in der Nähe, wo Tobi hing gerade Ja Wir sind zwei Einmal im Feld Der ist schon an Und der andere ist, glaub ich, noch komplett auf null Ist der immer noch in Phase 3? Ja, ne? Ja Und da vorne läuft er auch nicht Oh, es ist er bei mir Uncool, uncool Ihr seid bei dem Generator, scheiße Nein Der ist vielleicht auch noch hängen Ne, der ist nicht mehr in Phase 3 Ne? Ne Die Musik kam da noch gar nicht Eigentlich nicht, jetzt ist er in Phase 3 Jetzt? Scheiße, wer auch immer hier in der Hütte ist Tut mir leid Ich hab mal, glaub ich, abgehangen Ja Da da da, ich seh dich grad noch nicht Bei einem anderen Generator auch, wo der Tobi War Oh, ich hab Herzklopfen Ja, ja, genau, das mit dem Herzschlag, das ist bei dem extrem scheiße Da, bei dem wär halt, ähm, Vorahnung oder sowas als Perk gar nicht mal so schlecht Fuck, 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 fuck Aber es lohnt halt nicht Fuck, 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 fuck Ja Ja, aber du hängst noch nicht, das ist das Gute Äh, doch, ich hang schon Echt? Ach ja, am Anfang Stimmt Und ich bin jetzt auch tot, weil ich schon in der zweiten Phase war Wiggle Bye, bye Oh, da genau in meine Richtung gelaufen Ach ne, ich kann noch kämpfen Hä? Hab ich doch vorhin schon Ja, nice Oh Gott Aber hab ich doch vorhin schon Oder? Das kommt da wieder zu dir angeschissen Ja, der läuft hier hin und her Hat der das Messer noch oben? Äh, hab ich jetzt grad nicht gesehen und ich Muss mit der rechten Maustaste Space drücken sonst Okay, lauf dann, ja Lauuuuff Jetzt verfolgt er den Dwight Ja Oh Und wieder Phase 3 Scheiße Oh, da hat ihn Hat er mich gesehen? Hat er, ne hat er nicht, okay Oh, ein fucking Generator, das gibt's doch nicht Bist du wieder voll, ja, ne? Ja Eigentlich müsste man einen Dwight hängen lassen Anti-Made Nicht einmal Der eine Generator, den ich vorhin gemacht hab, der war fast fertig, ey Das Problem ist, die sind alle da hinten in der Ecke Alle in der gleichen Ecke Ja, ich weiß Ich warte jetzt erstmal noch, bis der wieder Ich spiel mit Tastatur Mit, äh, mit Gamepad oder so könnte ich, könnte ich gar nicht Also ich hab mir mal so ein paar Streams angeguckt auf der PS4, wie die da mit dem Gamepad da rumwursteln Das wäre nicht meins Das wäre nicht meins Oh, hier ist die Klappe Ich hole ihn jetzt vom Haken Oh, fuck Der ist da, ja, der ist der denn hier Aber der kommt zurück, passt auf Ja Lauf du weit Oh mein Gott Tja Verbarrikadiert, mein Freund Ja Von wo kommt der, von wo kommt der? Habt gleich Generator fertig Oh nein, hinter... Oh scheiße Hinter mir?! What? Jetzt, wo ich ihn fast fertig hatte, ey Der White Boy hat er auch. Jetzt nimmt er mich hoch. Das ist bestimmt gleich ein Haken, wa? Ja, da oben auf dem Felsen ist einer. Oben hängt er dich an. Ja genau, das ist immer wenn ich grad die Maus nicht benutze oder so. Weil ich das Gamepad angeschlossen hab, deswegen kommen dann immer die Tasten. Oh jetzt kämmt er mich aber zu Tode hier oben. Was? Ja, ja. Wird er nicht den anderen holen? Nee. Der ist dahinter. Mach, äh, such den anderen Ausgang. Oh, und es hat... Ich war grad beim Ausgang. Ja, der verfolgt mich jetzt. Der will mich jetzt auch noch haben. Der hat dich verloren. Ich wollte euch noch retten. Hm, noch könntest du, jetzt kommt er wieder zu mir. Ja, ne. Mich kanns vergessen. Jetzt kommt er zum Dwight. Ja. Ja, der hat bestimmt den Beruf der Krankenschwester. Du bist. Ich glaub trotzdem meine Pips hab ich trotzdem. Soweit sicher. Ja. Ich hoffe der ist mir wenigstens gefolgt. Na, der Snowball hat auch keinen Herzschlag. Der heilt sich grade hoch. Meier ist halt gar keine Perks. Okay. Oh, da kommt er. Okay. Ja, hab ich mir schon gedacht, dass du darauf wartest, du Penner. Oh, schlag dich doch nochmal, du Idiot. Äh, mehr doch nicht. Lass ihm doch keine Punkte schenken, Vanessa. Egal. Dafür, dass er so pissig gespielt hat. Ich hab ja auch noch ein paar Punkte da durchbekommen. Rang 15. Uh. Oh. Dadurch, dass du ihn jetzt so offladen lassen hast, hat Dwight jetzt ein Problem. Snowball. Oh. Scheiße. Oh weia. Oh oh. Oh oh. Und du bist schuld, Vanessa. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich bin schon raus. Ah. Okay. Ach, der hat den nochmal erwischt? Ja, ja. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ne, ach, eigentlich nicht. War Anti-Made. So. Okay. Noch eine Runde schnell, oder? Nee. So, okay. Jetzt das wieder, kl